Warum passiert das alles? Woher kommt diese arrogante Haltung von der Position eigener Exklusivität, Unfehlbarkeit und Willkür zu sprechen? Woher kommt diese wurstige, ablehnende Haltung gegenüber unseren Interessen und absolut legitimen Forderungen? Die Antwort ist klar, verständlich und offensichtlich. Die Sowjetunion wurde Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts schwächer und brach schließlich zusammen. Der gesamte Verlauf der damaligen Ereignisse ist eine gute Lektion für uns auch heute noch. Er hat überzeugend gezeigt, dass die Lähmung von Macht und Willen der erste Schritt zu völliger Erniedrigung und Vergessenheit ist. Hatten wir unser Selbstvertrauen für eine Weile verloren, dann war es das. Das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt war auf einmal gestört. Dies hat dazu geführt, dass frühere Verträge und Abkommen nicht mehr in Kraft sind. Überredungskünste und Bitten helfen nicht. Alles, was dem Hegemon und den Machthabern nicht passt, wird für archaisch veraltet und unnötig erklärt. Und umgekehrt, alles, was ihnen vorteilhaft erscheint, wird als die ultimative Wahrheit dargestellt, die um jeden Preis, Rüde und mit allen Mitteln durchgesetzt wird. Querdenker werden in die Knie gezwungen. Das, wovon ich jetzt spreche, betrifft nicht nur Russland und macht nicht nur uns Sorgen. Es betrifft das gesamte System der internationalen Beziehungen und manchmal sogar die Verbündeten der USA selbst. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR begann faktisch eine neue Aufteilung der Welt. Und die etablierten Normen des Völkerrechts und die wichtigsten und grundlegendsten von ihnen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet und festigten weitgehend dessen Ergebnisse, begannen diejenigen zu stören, die sich zum Sieger im Kalten Krieg erklärten. Natürlich mussten im praktischen Leben, in den internationalen Beziehungen und in den Vorschriften, die diese regeln, sowohl Veränderungen der Weltlage als auch das Kräfteverhältnis, berücksichtigt werden. Dies musste jedoch professionell, reibungslos und geduldig geschehen, unter Berücksichtigung und Respektierung der Interessen aller Länder und im Bewusstsein eigener Verantwortung. Aber nein, im Zustand der Euphorie aus absoluter Überlegenheit, einer Art modernen Absolutismus, noch dazu vor dem Hintergrund des niedrigen Niveaus der allgemeinen Kultur und der Arroganz derjenigen, die die Entscheidungen vorbereitet, verabschiedet und durchgesetzt haben, die nur für sie selbst profitabel waren, begann sich die Situation nach einem anderen Szenario zu entwickeln. Man muss nicht weit gehen, um Beispiele zu finden. Erstens wurde ohne jegliche Genehmigung des UN-Sicherheitsrats eine blutige Militäroperation gegen Belgrad durchgeführt. Sie setzten Flugzeuge, Raketen direkt im Zentrum des Europas ein. Mehrere Wochen andauernde Bombardierung, zivile Städte, der lebenswichtigen Infrastruktur. Es muss an diese Tatsachen erinnert werden, weil einige westlichen Kollegen sich nicht gerne an diese Ereignisse erinnern. Und wenn wir darüber sprechen, sehen sie es vor nicht auf die Normen des Völkerrechts zu verweisen, sondern auf die Umstände, die sie so interpretieren, wie sie diese brauchen. An der Reihe waren dann der Irak, Libyen, Syrien. Die unrechtmäßige Anwendung militärischer Gewalt gegen Libyen, die Verdrehung aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zur libyschen Frage, führten zur totalen Zerstörung des Staates. Schufen eine riesige Brutstätte des internationalen Terrorismus. Es stürzte das Land in eine humanitäre Katastrophe und in den Abgrund eines langjährigen Bürgerkrieges, der immer noch wütet. Die Tragödie, die Hunderttausende, ja Millionen von Menschen nicht nur in Libyen, sondern in der gesamten Region ins Verderben stürzte, führte zu einer Massenflucht aus Nordafrika und dem Nahen Osten nach Europa. Ein ähnliches Schicksal war für Syrien vorgesehen. Die Militäraktionen der westlichen Koalition auf dem Territorium dieses Landes, ohne die Zustimmung der syrischen Regierung und ohne die Genehmigung des UN-Sicherheitsrats, sind nichts anderes als eine Aggression, eine Intervention. Einen besonderen Platz in dieser Serie nimmt jedoch die Invasion des Irak ein, ebenfalls ohne jede rechtliche Grundlage. Der Vorwand war, dass die USA angeblich über zuverlässige Informationen über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak verfügten. Um dies zu beweisen, öffentlich, vor Augen aller Welt, schüttelte der US-Außenminister irgendein Reagenzglas mit weißem Pulver und versicherte, dass er sich um die im Irak entwickelten chemischen Waffen handele. Und dann stellte sich heraus, es war eine Fälschung, ein Blöw. Irgendeine chemische Waffe im Irak gab es nicht. Unglaublich, erstaunlich, aber die Tatsache bleibt. Der Betrug fand auf höchster staatlicher Ebene und von der hohen Tribüne der UNO statt. Das Ergebnis waren enorme Verluste, Zerstörung und eine unglaubliche Welle des Terrorismus. Generell scheint es so zu sein, dass praktisch überall, in vielen Regionen der Welt, wo der Westen kommt, um seine Ordnung zu etablieren, bleiben blütige, nicht heilende Wunden Geschwüre des internationalen Terrorismus und Extremismus zurück. Alles, was ich gesagt habe, sind die ungeheuerlichsten, aber bei weitem nicht die einzigen Beispiele für die Missachtung des Völkerrechts. Dazu gehören auch die Versprechen unserem Land, die NATO nicht einen Zentimeter nach Osten zu erweitern. Ich wiederhole, gern betrogen. Oder um es im Volksmund zu sagen, einfach reingelegt. Ja, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Vielleicht. Aber nicht doch so. Nicht doch in diesem Ausmaß. Denn ein solches betrügerisches Verhalten verstößt nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern vor allem gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik. Und wo ist hier die Gerechtigkeit und Wahrheit? Nichts als glatte Lüge und Heuchelei. Amerikanische Politiker, Politikwissenschaftler und Journalisten schreiben und sagen übrigens, dass in den USA selbst in den letzten Jahren ein regelrechtes Lügenimperium entstanden ist. Es ist schwer, dem nicht zuzustimmen. Es ist so. Man soll es aber nicht unterbewerten. Die USA sind immer noch ein großartiges Land, eine systembildende Macht. All ihre Satelliten unterwerfen sich ihnen nicht nur demütig und gehorsam und singen bei jeder Gelegenheit mit, sondern kopieren auch ihr Verhalten und akzeptieren begeistert die von ihnen vorgeschlagenen Regeln. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten und sicher sagen, dass der gesamte sogenannte westliche Block, der von den USA nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis geformt wurde, genau dieses eine Lügenimperium ist. Was unser Land betrifft, so haben sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR, trotz der beispiellosen Offenheit des neuen, modernen Russlands und seiner Bereitschaft zur ehrlichen Zusammenarbeit mit den USA und anderen westlichen Partnern und unter den Bedingungen einer faktisch einseitigen Abrüstung sofort versucht, uns zu zerschlagen, zu vernichten und endgültig zu zerstören. Genau dies geschah in den 90er und frühen 2000er Jahren, als der sogenannte kollektive Westen auf die aktivste Art und Weise den Separatismus und die Söldnerbanden in Südrussland unterstützte. Welche Opfer, welche Verluste es uns damals gekostet hat, welche Strapazen wir auf uns nehmen mussten, bis wir dem internationalen Terrorismus im Kaukasus endlich das Rückgrat gebrochen haben. Wir erinnern uns daran und werden es nie vergessen. In der Tat hörten die Versuche nicht auf, uns für ihre Interessen zu benutzen, unsere traditionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser Volk, von innen her zersetzen würden. Jene Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzten und die direkt zu Degradierung und Entartung führen, dass sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind. Das wird nie passieren. Niemals und niemand hat es je geschafft. Auch jetzt wird es nicht gelingen. Trotz allem haben wir im Dezember 2021 erneut versucht mit den USA und ihren Verbündeten eine Einigung über die Sicherheitsgrundsätze in Europa und über die Nichterweiterung der NATO zu erzielen. Alles umsonst. Der Standpunkt der USA ändert sich nicht. Sie halten eine Einigung mit Russland in dieser für uns wichtigen Frage nicht für notwendig. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele und setzen sich über unsere Interessen hinweg. Und natürlich stellt sich in dieser Situation die Frage, was ist als nächstes zu tun? Was ist zu erwarten? Wir wissen aus der Geschichte, dass im Jahr 1940 und Anfang 1941 die Sowjetunion alles getan hat, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dazu hat sie buchstäblich bis zum Letzten versucht, den potenziellen Angreifer nicht zu provozieren, verzichtete auf die Ausführung oder schob die notwendigsten, offensichtlichsten Schritte zur Vorbereitung auf die Abwehr eines unvermeidlichen Angriffs auf. Und die Schritte, die schließlich unternommen wurden, waren katastrophal überfällig. Infolgedessen war das Land nicht vollständig auf den Einmarsch Nazi-Deutschlands, das am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung unser Land überfallen hat. Es gelang den Feind zu stoppen und dann auch zu vernichten, aber zu einem kolossalen Preis. Der Versuch, dem Aggressor am Vorabend des großen Vaterländischen Krieges zu gefallen, war ein Fehler, der unser Volk teuer zu stehen kam. In den ersten Monaten der Kämpfe verloren wir große, strategisch wichtige Gebiete und Millionen von Menschen. Ein zweites Mal machen wir den Fehler nicht. Dazu haben wir kein Recht. Diejenigen, die nach der Weltherrschaft streben, die öffentlich, ungestraft, und ich betone, ohne jede Rechtfertigung uns, Russland, zu ihrem Feind erklären, verfügen heute in der Tat über große finanzielle, wissenschaftliche, technologische und militärische Fähigkeiten. Wir sind uns dessen bewusst und bewerten objektiv die Drohungen, die ständig an uns im Bereich der Wirtschaft ertönen. Ebenso wie unsere eigene Fähigkeit, dieser unverschämten und permanenten Erpressung zu widerstehen. Ich wiederhole, wir bewerten sie ohne Illusionen, sehr realistisch. Was den militärischen Bereich betrifft, so ist das moderne Russland auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Verlust eines Großteils seines Potenzials heute eine der mächtigsten Atommächte der Welt und verfügt darüber hinaus über gewisse Vorteile bei einer Reihe modernster Waffen. Es sollte daher kein Zweifel daran bestehen, dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer totalen Niederlage und schlimmen Konsequenzen für jeden potenziellen Angreifer führen würde. Indessen unterliegt die Technologie anschließend der Verteidigungstechnologie jedoch einem raschen Wandel. Die Führung in diesem Bereich hat gewechselt und wird auch in Zukunft wechseln, aber die militärische Entwicklung der an uns angrenzenden Gebiete wird, wenn wir sie zulassen, noch jahrzehntelang, vielleicht für immer, bestehen bleiben und eine ständig wachsende, völlig inakzeptable Bedrohung für Russland darstellen. Schon jetzt, da sich die NATO nach Osten ausdehnt, wird die Situation für unser Land von Jahr zu Jahr schlechter und gefährlicher. Außerdem sprechen die führenden Politiker der NATO in den letzten Tagen ausdrücklich von der Notwendigkeit, die Infrastruktur des Bündnisses bis an die Grenzen Russlands voranzutreiben. Mit anderen Worten, sie verschärfen ihre Haltung. Einfach sitzen und beobachten, was passiert, können wir nicht mehr. Das wäre unsererseits völlig verantwortungslos. Der weitere Ausbau der Infrastruktur des Nordatlantischen Bündnisses und die begonnene militärische Erschließung des ukrainischen Territoriums ist für uns inakzeptabel. Das Problem liegt natürlich nicht bei der NATO selbst, sie ist nur ein Instrument der amerikanischen Außenpolitik. Das Problem besteht darin, dass auf den an uns angrenzenden Gebieten, wohlgemerkt auf unseren eigenen historischen Gebieten, ein feindliches Anti-Russland entsteht. Das unter vollständiger Kontrolle von außen gestellt, von den Streitkräften der NATO-Länder intensiv besiedelt und mit den modernsten Waffen vollgepumpt wird. Für die USA und ihre Verbündeten ist das eine sogenannte Politik der Eindämmung Russlands. Eine offensichtliche geopolitische Dividende. Aber für unser Land ist es letztlich eine Frage von Leben und Tod. Eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Und das ist keine Übertreibung. Das ist so. Das ist eine echte Bedrohung nicht nur für unsere Interessen, sondern für die Existenz unseres Staates, seiner Souveränität. Das ist die erwähnte rote Linie, von der ich wiederholt gesprochen habe. Sie haben sie überschritten. Ich beziehe mich auf die Lage im Donbass. Es zeigt sich, dass die Kräfte, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich durchführten, die Macht an sich rissen und sie mit Hilfe von im Wesentlichen dekorativen Wahlverfahren behielten, verzichteten endgültig auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Acht Jahre lang, unendlich lange acht Jahre, haben wir alles getan, damit die Situation mit friedlichen, politischen Mitteln gelöst wird. Alles umsonst. Wie ich bereits in meiner vorherigen Ansprache sagte, kann man das, was dort geschieht, nicht ohne Mitgefühl betrachten. Das zu ertragen, war es nicht mehr möglich. Es war notwendig, diesen Albtraum sofort zu beenden, diesen Völkermord an den Millionen von Menschen, die dort leben und nur auf Russland hoffen, die nur auf uns hoffen. Genau diese Bestrebungen, die Gefühle und der Schmerz der Menschen waren der Hauptgrund für unsere Entscheidung, die Volksrepubliken des Donbass anzuerkennen. Was meines Erachtens noch einmal betont werden muss, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, unterstützen die führenden NATO-Länder extreme Nationalisten und Neonazis in der Ukraine, die ihrerseits den Menschen auf der Krim und in Sevastopol ihre freie Entscheidung für die Wiedervereinigung mit Russland nie verzeihen werden. Sie werden natürlich auch auf die Krim gehen, genau wie in den Donbass mit einem Krieg, um zu töten, genau wie die Strafkolonnen der ukrainischen Nationalisten, Hitlers Kollaborateure während des großen Vaterländischen Krieges, wehrlose Menschen töteten. Sie erheben auch unverhohlen Anspruch auf eine ganze Reihe anderer russischer Gebiete. Der gesamte Verlauf der Ereignisse und die Analyse der eingehenden Informationen zeigen, dass ein Zusammenstoß zwischen Russland und diesen Kräften unvermeidlich ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie bereiten sich vor. Sie warten auf einen günstigen Moment. Jetzt behaupten sie auch, Atomwaffen zu besitzen. Wir werden das nicht zulassen. Wie ich bereits sagte, hat Russland nach dem Zusammenbruch der UdSSR die neuen geopolitischen Realitäten akzeptiert. Wir respektieren alle neue entstandenen Länder im post-sowjetischen Raum und werden dies auch weiterhin tun. Wir respektieren ihre Souveränität und werden sie auch weiterhin respektieren. Ein Beispiel dafür ist die Hilfe, die wir Kasachstan geleistet haben, das tragische Ereignisse und Anfechtungen seiner Stattlichkeit und Integrität erlebt hat. Aber Russland kann sich nicht sicher fühlen, sich entwickeln, existieren, wenn eine ständige Bedrohung aus dem Gebiet der heutigen Ukraine kommt. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir in den Jahren 2000 bis 2005 militärisch gegen Terroristen im Kaukasus gekämpft, die Integrität unseres Staates verteidigt und Russland intakt gehalten haben. Im Jahr 2014 haben wir die Menschen auf der Krim und in Sevastopol unterstützt. Im Jahr 2015 haben wir unsere Streitkräfte eingesetzt, um das Eindringen von Terroristen aus Syrien nach Russland zuverlässig zu unterbinden. Eine andere Möglichkeit, uns zu verteidigen, hatten wir nicht. Das Gleiche passiert. Auch jetzt. Man hat uns einfach keine andere Möglichkeit gelassen, um Russland und unsere Menschen zu verteidigen, als die, die wir heute anwenden müssen. Die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51 Absatz 7 der Scharte der Vereinten Nationen mit Genehmigung des Russischen Föderationsrates und in Übereinstimmung mit den von der föderalen Versammlung am 22. Februar dieses Jahres ratifizierten Verträgen über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Lugansk den Beschluss gefasst, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren von dem Kiewer Regime Misshandlungen und dem Genozid ausgesetzt sind. Und zu diesem Zweck werden wir uns bemühen, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren und diejenigen vor Gericht zu stellen, die zahlreiche blütige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung einschließlich der Bürger der Russischen Föderation begangen haben. Dabei sehen unsere Pläne nicht die Besatzung ukrainischer Gebiete vor. Wir haben nicht die Absicht, jemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen. Gleichzeitig hört man in der letzten Zeit im Westen immer öfter, dass die vom totalitären Sowjetregime unterzeichneten Dokumente, in denen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs festgeschrieben sind, nicht mehr umgesetzt werden sollen. Na gut, was soll man darauf antworten? Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, ebenso wie die Opfer, die unser Volk auf dem Altar des Sieges über den Nationalismus gebracht hat, ist heilig. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zu den hohen Werten der Menschenrechte und Freiheiten, die auf den Realitäten aller Nachkriegsjahrzehnte beruhen. Das setzt auch nicht das in Artikel 1 der UN-Charta verankerte Selbstbestimmungsrecht der Nationen außer Kraft. Ich möchte daran erinnern, dass weder bei der Gründung der UdSSR noch nach dem Zweiten Weltkrieg jemand die Menschen in den Gebieten, die die heutige Ukraine bilden, gefragt hat, wie sie selbst ihr Leben gestalten wollen. Unsere Politik basiert auf der Freiheit, der Wahlfreiheit eines jeden, seine eigene Zukunft und die seiner Kinder selbst zu bestimmen. Und wir glauben, dass das Recht zu wählen für alle Völker wichtig ist, die auf dem Bewohner der Krim und Sevastopol vor denjenigen zu schützen, die ihr selbst als Nazis bezeichnet. Die Menschen auf der Krim und in Sevastopol haben sich für ihr historisches Heimatland, für Russland, entschieden. Und wir haben sie dabei unterstützt. Ich wiederhole, wir konnten nicht anders handeln. Bei den heutigen Ereignissen geht es nicht darum, die Interessen der Ukraine und des ukrainischen Volkes zu verletzen. Es geht darum, Russland selbst vor denen zu schützen, die die Ukraine als Geisel genommen haben und versuchen, sie gegen unser Land und seine Bevölkerung einzusetzen. Ich wiederhole, unsere Handlungen basieren auf der Selbstverteidigung gegen Bedrohungen von außen und gegen ein noch größeres Unglück als das, was heute geschieht. So schwer es auch ist, bitte ich Sie, dies zu verstehen. Und ich rufe zur Zusammenarbeit auf, damit wir diese tragische Seite so schnell wie möglich umschlagen und gemeinsam vorankommen können, indem wir niemandem erlauben, sich in unsere Angelegenheit, in unsere Beziehungen einzumischen, sondern sie unabhängig voneinander aufbauen, so, dass die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung aller Probleme geschaffen werden und wir trotz der Staatsgrenzen von innen heraus als eine geeinte Einheit gestärkt werden. Ich glaube daran. Genau so ist unsere Zukunft. Ich muss mich auch an die Militärangehörigen der Ukraine wenden. Sehr geehrte Genossen, Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht dafür die Nazis geschlagen und unser gemeinsames Vaterland verteidigt, damit die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine übernehmen können. Ihr habt einen Treueid auf das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die volksfeindliche Junta, die die Ukraine austraubt und genau dieses Volk schikaniert. Führt Ihre kriminellen Befälle nicht aus. Ich appelliere an euch, eure Waffen sofort niederzulegen und nach Hause zu gehen. Um es klar zu sagen, alle Angehörigen der ukrainischen Armee, die dieser Forderung nachkommen, werden das Kriegsgebiet ungehindert verlassen und zu ihren Familien zurückkehren können. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Verantwortung für ein mögliches Blutvergießen allein auf dem Gewissen des Regimes liegt, das das Gebiet der Ukraine regiert. Nun ein paar wichtige, sehr wichtige Worte für diejenigen, für die es verlockend sein kann, sich von außen in das Geschehen einzumischen. Wer auch immer versucht, sich bei uns einzumischen, geschweige denn unser Land und unser Volk zu gefährden, muss wissen, die Antwort Russlands wird sofort folgen und zu solchen Konsequenzen führen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind auf jede Ereignisentwicklung vorbereitet. Alle notwendigen Entscheidungen wurden in dieser Hinsicht getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört werde. Liebe Bürgerinnen und Bürger Russlands, das Wohlergehen, die Existenz ganzer Staaten und Völker, ihr Erfolg und ihre Lebensfähigkeit haben ihren Ursprung immer im mächtigen Wurzelsystem ihrer Kulturen und Werte in den Erfahrungen und Traditionen ihrer Vorfahren. Und sie hängen natürlich von ihrer Fähigkeit ab, sich rasch an das sich ständig verändernde Leben anzupassen, vom Zusammenhalt der Gesellschaft, ihrer Bereitschaft, sich zu konsolidieren, alle Kräfte zu bündeln, um voranzukommen. Kraft braucht man immer. Immer. Aber die Kraft kann unterschiedliche Qualitäten haben. Die Politik des Lügenimperiums, von der ich zu Beginn meiner Rede gesprochen habe, beruht vor allem auf roher, direkter Kraft. In solchen Fällen sagen wir, hast du Kraft, brauchst nicht schlau zu sein. Aber wir wissen ja, dass die wahre Kraft in der Gerechtigkeit und der Wahrheit liegt, die auf unserer Seite ist. Und wenn das stimmt, dann fällt es schwer, nicht zuzustimmen, dass Kraft und Kampfbereitschaft das Fundament von Unabhängigkeit und Souveränität sind. Das notwendige Fundament, auf dem allein man seine Zukunft, sein Zuhause, seine Familie, sein Heimatland aufbauen kann. Liebe Mitbürger, Ich bin sicher, dass die Soldaten und Offiziere der russischen Streitkräfte, die ihrem Land gegenüber treu sind, ihre Pflicht professionell und mutig erfüllen werden. Ich zweifle nicht daran, dass alle Machtebenen harmonisch und effizient zusammenarbeiten werden. Ich meine die Fachleute, die für die Stabilität unserer Wirtschaft, unseres Finanzsystems und unseres sozialen Umfelds verantwortlich sind, sowie die Führungskräfte unserer Unternehmen und das gesamte russische Business. Ich zähle auf die konsolidierte patriotische Haltung aller parlamentarischen Parteien und öffentlichen Kräfte. Im Endeffekt, wie es schon immer in der Geschichte war, liegt das Schicksal Russlands in den sicheren Händen unseres multinationalen Volkes. Das bedeutet, dass die von uns gefassten Beschlüsse umgesetzt werden, unsere Ziele erreicht werden und die Sicherheit unseres Vaterlandes zuverlässig gewährleistet wird. Ich glaube an ihre Unterstützung und an die unbesiegbare Kraft, die uns die Liebe zu unserem Vaterland verleiht.